Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Es geht weiter im Kapitel. Wir sind jetzt in Kapitel 3. In den letzten Folgen... Ach, macht die schon. Es ist toll, dass du eine Tungue-Rekorde auf dem Video hast. Wir werden uns irgendwann mal entschuldigen. Und da sie ist. Wie geht's dir, Max? Hi, Joyce. Ich bin sehr entschuldig von William. Ich habe großartige Erinnerungen von ihm. Das war sein Geist für uns. Wunderschöne Erinnerungen. Wir sprechen über deine Super-Power. Hey, Stelma und Louise. Du bist mein Geschäft, und ich... Das ist Rachel's Bracelet. Warum du deine Bracelet hast du? Du willst du dich, Bitch? Bitte, zurück. Du willst mich zurück. Du willst mich zurück. Du willst mich zurück. Bitte, weg mich aus hier! Max! Niemand geht über mich. Niemand... Was machst du hier, Max? Ich weiß, heute war schwierig für alle. Frau Koffi, warum genau du bist auf der Route mit Kate Marsh? Bitte, erzähl uns alles. Was zur Hölle ist das? Max, es gab heute keine Eclipse. Ich glaube dich, Warren. Ich glaube alles, diese Woche. Also, es ist das mit dem Passagier, die man sich entspricht. Okay, das hat mir so einige... Wie nennt sie es? Arbeit erspart? Arbeit nennt sie das? Nein. Aber du bist mir wieder eingefallen. Ja, das meine ich. So. Ich glaube, wir werden jetzt schon richtig mies anfangen und zwar in der Nacht, wie wir es in dem Trailer da gesehen haben. Oder einen kleinen Einblick. Ja. Das gefällt mir nicht, denn auf der einen Seite hängt dieser Security-Kerl bestimmt manchmal auch noch da rum. Ja. Hm? Ob wenn ich denke, dass er mal nach Hause möchte, aber... Nein, nein, das kann ich wieder. Ja, okay. Und erst recht, wenn die Frau abends dann in diesem... Wales arbeitet. Grüß dich am Ende. Ach, ich weiß. Ach, guck mal, wir sind vor dem Pizze angekommen. Kenn ich irgendwoher? Ja. Wieso haben wir den Hasen? Achso, wir passen auf den auf, solange wie die im Krankenhaus ist. Okay. Okay. Oh, ist das schön. Kannst du noch mal flüttern? Erst mal flüttern, ja. Ja. Siehste. War so klar, Stefan hätte nicht gefüttert, der Arm. Hier. Nicht auf das. Hey, Bunny. Kate wird bald wieder zurück. Und bis dann werde ich mit deinem Herzen caterieren. Achso. Nein, lass die aus. Das ist nie gut. Na, mach mal bitte das Licht wieder aus. Im Zimmer. Obwohl, warte, was haben wir hier? Ach, Fotos. Achso. Was ist das? Auf jeden Fall hat uns echt gerettet, ähm, hier in diesem... in dieser Bibel von ihr zu blättern, glaube ich, oder? Ich kann das Licht nicht ausmachen da. Warum denn nicht? Guck, okay. Ja, ich seh schon. Können wir zufällig... Die Klamotten changen, mir ist kalt. Nein. Okay, dann müssen wir wohl in diesem Pulli nach draußen. Okay, hau raus. Na toll. 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 Alle werden jetzt über Kate sprechen. Blackwell könnte es wohl für den nächsten Monat verlassen. Licht. Oh, guck mal, lass mal lesen. Das haben wir nämlich nicht verursacht. Was ist das? An unserem Ding? Ja. Wieso das? Egal. Vielleicht weil wir das geschrieben haben. Was steht da? Das ist das Band. Kann man reingehen, ne? Ansehen. Wollen sie wirklich diesen Scheiß auf der Tür brauchen? Kate ist noch immer wieder. Komm, reden noch mal mit der Tür. Obwohl, dann hat die uns gesehen. Das ist auch nicht so gut, oder? Egal, mach einfach mal. Ich glaub, die war nicht die Schlimme. Oder? Ja, das hat Victoria halt drungen. Ah, du musst da jetzt nicht extra lernen. Ja, komm. Das Linke. Wir sind mal nicht so. Ich will nicht sagen. Ich versuche auf den Hund. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, Max. Besonders Victoria, du bist der einzige, der mich über meine Mutter in der Herkunft gefragt hat. Das hat mir viel gemacht. Ich bin meine eigene Person, auch. Ich bin meine eigene Person. Ich weiß, ob du etwas brauchen. Danke. Du bist, wie weird, aber ziemlich cool, Max. Es ist besonders, nachdem du auf dem Rücken zu sehen. Victoria ist falsch über dich. Jetzt muss ich alleine sein, um meinen Tag zu Hause zu sein. Das war schon mal nicht schlecht. Ne? Ja. Jetzt wissen wir, wenn etwas Komisches passiert, dann ist sie auch da. Ja. Ich habe gesagt, das Gute ist, jetzt wissen wir, dass Victoria auch da draußen irgendwo rumirrt. Mhm. Hm? Waiting for you, Kate. Sie wartet auf Kate. Ach so. Hey, Dana. Wie geht's? Besser als Kate? Ich kann nur nicht glauben, dass sie sogar zuhause versuchen würde. Hm. Dass sie war deprimiert, oder...? Sie ist immer noch deprimiert. Hm. Hm. Ja, schon. Aber Victoria würde dich nicht alleine beschuldigen. Wenn alle. Hm. Hm. Waren wir jetzt auch dafür verantwortlich? Wir haben das Video jetzt nicht verbreitet. Ah, dann war das. Ich wusste, dass sie deprimiert war, aber... ... ich hatte keine Ahnung, wie schlecht. Es muss ernst sein, dass du dich auf den Rücken fährst. Hm. Was nicht meine Da? Ich meine, wir waren ja auch auf dem Dach. Mehr weißt du nicht nicht? Es klingt blöd. Kate meinte es ernst. Ja. 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 Genau. Es ist kompliziert, oder? Ja. Ich bin jetzt Angst. Aber die Leute hier sind immer noch heute Abend raus. Was? Wie? Wie, wer? Victoria hat früher ausgerollt, und jetzt du, Sherlock? Nicht ich. Ich brauche heute Abend zu Hause. Geh auch ein Schlaf, auch Dana. Ich will dich später. Das Problem ist, wir treffen uns ja eh noch mit dieser einen, ne? Ah! Äh, mit der Chloe. Weißt du, was ein Problem ist? Weißt du, wen wir treffen werden draußen? Nein. Garantiert, Victoria plus diesen Kerl, mit dem die sich so toll befreundet hat. Nein, das ist Müll, das lassen wir mal da drin. Nicht, dass das schon wieder... oder? Das ist sowas schade und pathetisch. Na gut, jetzt musst du einmal lesen. Was? Ist das ihr Freund? Ja, scheint so. Egal. Er hat sich auf jeden Fall irgendwie hängen gelassen. Und meint jetzt, wenn sie mal Geld braucht, soll sie sich melden. Okay, das war ein bisschen privater. Willst du schnüffeln? Oh, ist Trevor wieder bei anders? Okay, keine Ahnung. Dana. Weiter. Okay. Na gut. Ach so, ein Newspaper. Ach du Schreck. Lass uns weiter. Ach, wir wollten uns eh mit Chloe noch mal treffen, das heißt wir müssen so oder so rausschleichen, richtig? Ja, wir müssen raus. Ach man, ich wollte doch schlafen. Die Säcke. Ja, ja. Ja. Glühühühüh. Ja, das ist echt ganz cool. Auch wenn die ein bisschen eckig sind. Chloe ist für mich in front of the Main Hall. Du, ich ahne Schlimmes, weißt du das? Ach man, wir müssen da hinten ein bisschen reichen. Vielleicht können wir die Dinge fotografieren. Geh noch mal hin. Nein, es rennt weg. Ach, ist egal. Oh, so geht's natürlich auch. Warte. Schnell ein Foto. Schnell ein Foto. Gotcha. Hehehehe. Juhu. Oh Gott, ist die Tür auf? Ich auch. Hey, wir können schnüffeln. Hm. Ich hoffe. Ein Magazin. Ich hoffe. Ich hoffe. Ich hoffe. Ich hoffe. Ich hoffe. Wir haben so schlechte Erwartungen von dem. Echt? Jetzt geht das auf Zeit? Nein, oder? Nein, oder? Ja. Ich hoffe. Wir haben noch mehr Nachrichten. Ja, jetzt renn wir gleich durch. Eine von Warren. Ach, okay. Ich hoffe, wir rufen ihn wirklich nochmal an. Weil, umbekannte Nummer hatten wir auch noch was, oder? Achso, nee. Das hatten wir schon. Da oben war nochmal. Da. Hey, wir haben einen Beweis! Naja, was heißt Beweis? Aber Drohungen. Okay, Magazin. Soviel dazu. Guck dir das noch schnell an. Oh Gott. Ah. Zum Glück. Dann lass uns hier raus. Wir haben jetzt hoffentlich alles angeguckt. Oh, warte. Ich weiß wer. Und mir gefällt's nicht. Das ist halt Victorias Schalwetten. Ja, die waren da mit Nathan bestimmt drin. Solange die jetzt gerade nicht hier gerade, also, rumspiert. Kaputte Lampe anschauen. Immer interessant. Ich... Ach. Wirklich? Oh, wer ist denn da? Der setzt sich also dahin. Was machen wir jetzt? Warte, wir können da nicht lang. Bist verrückt? Warte mal. Achso. Ja, ich will noch ein bisschen. Stopp. Die Bierpull lassen wir einfach da liegen. Richtig? Lauf da weg. Lauf da weg. Oh Gott. Max, der Ninja, schlägt wieder. Ja, sowas ist nichts für mich. Wirklich nicht. Nachts rausschleichen oder sowas. Oh Gott. Du bist so ein Späser, ne? Ja. Ich meine, sich wehren irgendwo hier oder sowas. Alles gut, aber nachts irgendwo hin. Im Dunkeln alleine. In der Uni. Oh Gott. Oh, meine Hände. Entscht? Boo-ja. Wie ich bin ein Späser-Punk-Ghost. Wie ein Späser-Punk-Gösschen. Wie ein Späser-Punk-Gösschen. Hey, Chloe. Ich hatte nicht genau das beste Zeit, zu versuchen, meine Freundin zu schnappen zu schnappen. Ich glaube, ich brauche mich heute nicht zu spät, okay? Sorry. Aber du absoluten Balls zu den Wallen schliefst du dein Freund. Kate hat sich selbst gespät. Ich konnte sogar nicht mit meinem Macht. Meine Kopf fühlt sich als ich zu schlafen. Und dann hatte ich keine Ahnung, was zu sagen zu ihr auf dem Ruf. Keine Ahnung, Rockstar. Kate ist alive, wegen dir. Du hast natürlich gesagt, was richtig gesagt. Und deine Schmerz-Punk-Gösschen wird uns alle zu retten. Wir müssen einfach... und wissen, wer fast hat Kate zu töten. Wir müssen uns das zu retten. Wir müssen uns das zu retten. Wir müssen uns das zu retten. Und irgendwie zu retten, den Tornado zu retten, aus der Arcadia Bay zu retten, richtig? Ja? Ja. Wer ist denn nochmal? Achso. Ja. Rachel oder Kate? Oh Gott. Keine Ahnung. Ja. Kate ist unsere Freundin, Rachel ist ihre Freundin. Achso. Oh Gott. Scheiß. Wir haben es ja Kate versprochen. Sie ist Rachel versprochen. Also, es ist wirklich kacke. Aber Kate ist ja angeblich ein Zweifel. Können wir nicht zusammensp... zurückspüren und dann auf beide... also beides? Geht das nicht irgendwie? Vielleicht nicht. Aber Kate? Ja. Würde ich sagen. Right. Für eine Sache, es ist zu viel Coincidence zwischen den Menschen, rund Kate und Rachel. Wie Step Prick und Nathan Prescott? Nicht nur die? Oder... Natürlich. Nicht nur die, oder? Na Gott, was antwortet man denn da? Am besten holen auf. Ach nein, das war so klar. Ich hoffe, die resten der Klasse folgen deinen Weg. Ich bin sorry, dass ich mich überrascht war. Wie Sie wissen, es war nicht ein guter Tag für Blackwell. Ich weiß, dass es ein grosser Tag ist. Du kannst mit mir sprechen, jederzeit, Herr Jefferson. Danke, Viktoria. Ich bin froh, dass es ein ziemlich glückliches Ende hat. Ich weiß nicht, was ich hätte getan, wenn Kate hat. Kate? Ich hatte keine Ahnung, dass du zwei so nah bist. Sie hat sie? Also... Wie ist das die 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 Das ist noch ein Foto, und ich muss noch den gewinnen, die Best representieren, Blackwell. Ich habe alle die Fotos, außer eine von Max. Ich gebe dir eine eine Ein-Würde-Sneak-Preview von Max' Foto. Selfie. Listen, du hast meine Entrie gesehen. Du kennst es besser als das. Würde ich nicht so cool sein, dass wir uns zusammen in San Francisco sind, Marc? Stich mit Mr. Jefferson, Victoria, bitte. Und, äh, ich habe noch nicht den gewinnen. Ja, du hast meine Arbeit. Also, es ist nicht so, dass du spielst. Einfach imagine, wenn du meine Fotos wählst, doch. Wir müssen uns viel Zeit zusammen spenden. Das könnte sein... Spaß, nicht wahr? Ich denke, dass du nicht so gesagt hast. Du könntest, dass du mich wählst. Insofern, ich muss mich sagen, dass du die Leute möchtest, dass du meine Fotos wählst für ein Wunscher oder so. Als Wunscher für deine Zukunft, ich will auch nicht das Wunscher-Sneak-Drehen. Diese Gespräche ist offensichtlich über, Frau Chase. Ich schaffe dir, dass du wieder zurück in deinem Wunscher-Sneak-Drehen gehst. Regen! Ich nur... Du bist mir schützt? Du bist so schützt, oder? Es ist so dumm. Uiuiui. So viel dazu. Oh Gott, ich kann gar nicht verarbeiten, wie viel gerade passiert ist. Ich wollte noch so viel erzählen, aber dann kam das und jetzt habe ich es vergessen. Ich bin ehrlich, wir sind nicht Kinder mehr. Wir sind um und entgegen. Wenn ich eine Karte habe, wie kann es diese Entgegenze sein? Wir bekommen... Charges für... Entgegenze. Ich bin ehrlich. Wir können in den Karte. Nicht, wenn ich mit dem Herr Blackwell's security. Step-Shit gut will nicht, wenn ich in die Hand von der Polizei. Also sollte ich wissen, was ist in der Pflegung der Hand. Du kannst es rewinden, wenn wir verletzen, richtig? Du hast grossen Macht, Max. Aber meine Macht nicht schlussieren, Kate. Vielleicht habe ich es selbst. Oh Gott, kannst du mir jetzt die Tür hinter dir schließen, damit nicht jeder sieht? Nein, natürlich nicht. Ah, lass jeden sehen, dass wir hier drin sind. Okay. Ich schiebe ja jetzt schon Panik. Das ist wohl das Fundbüro, oder? Hier kann man noch was angucken. Das... does that mean Samuel is... Nah. Was? Egal, was auch immer. Es ging um Samuel. Aber über den suchen wir gerade keine Hinweise. Hat die da mal offen gemacht? Oh, hier sind noch Sachen. Nee, doch. Wer ist denn noch mal David? Geh mal lesen. Das ist der... Sicherheitsmann. Ach doch. Stimmt. Okay, als Sicherheitschef der Blackwell Academy ist es mein Job und meine Pflicht, sicherzustellen, dass alle Vorsichtsmaßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Schüler getroffen wurden. Mir ist bewusst, dass ich niemals Liebling unter den Schülern oder Lehrern bin, aber ich weiß, dass ihre Sicherheit an erster Stelle steht. Die Zahlen, seit ich zum Sicherheitschef ernannt wurde, sprechen für sich selbst genau wie der 15,4-prozentige Rückgang in der Campus-Kriminalität. Ich respektiere ihre Stellung als Wissenschaftslehrerin, aber sie haben unfairerweise meine Pläne für ein Überwachungssystem mit einer feigen Petition dämonisiert. Ich hoffe, sie wird diese Petition überarbeiten und die menschlichen Kosten bedenken, wenn die Blackwell Academy nicht mit der neuesten Sicherheitstechnik ausgestattet ist. Gut, Cara... Ach, Kameras sind auch nicht immer die Lösung. Ja, du hast sie nämlich unterschrieben, oder? Haben wir nicht? Nein, zum Glück haben wir nicht, oder? Wir haben unterschrieben. Nein, wir haben doch zurückgesprüht. Nein! Ach, okay. Doch, wir haben doch zurückgesprüht für das Chlor. Für das Chlor? Haben wir dann trotzdem unterschrieben? Der hat doch nichts... Ist egal, mach weiter. Oh je. Das ist es. Was der Mann? Der Sicherheitsminister sollte den Gehrein zu dem Principal sein. Er ist schüttet, wie alle hier. Also, wir müssen die Tür öffnen. Believe es oder nicht, ich weiß ein bisschen über Lockpicking. Thanks zu Frank. Ich könnte es gut testen, meine Thief-Skill. Ja klar, da hängen ganz viele Schlüssel. Hm. Da. Ach so. Ah. Ja, jetzt können wir einen Schubladen suchen. Und alles nochmal. Weil ich bezweifle, dass die irgendwie da drin sind. Nichts hier. Hier sind die Schlüssel. Nichts für den Principal's office. Nein, keine Schlüssel für dich. Wir müssen noch einen anderen Weg in finden. Ich glaube, ich habe nicht genug Zeit mit Frank. Aber ich werde meine DIY-Lockpick-Tools benutzen, während du mit einem besseren Plan hast. Mein Plan hat ein Name. Hey, Warren. Du bist unterwegs? Just Bubblehearth. Du bist okay. Listen, ich brauche deine Physik-Expertise, Stat. Without naming names, wenn jemand die Art und Science-Labs hat, und wollte ein Gerät, das würde, sagen wir, eine Locked-Tür, würde du vielleicht irgendwie wissen, wie? Nein, ich brauche dich für Spaß. Danke, Science-Guy. Nein, nein, nein. Bleib. Wir brauchen dich als Backup. Wir müssen die Text-Instrumenten, jetzt. Ja, ich bin immer noch in mit dir bei dir bei dir bei dir. Danke für die Hoffnung. Das ist ein Schub. Das ist ein Schub. Ich versuche nicht alle in Blackwell-Blockwell-Blockwell-Blockwell-Blockwell-Blockwell-Blockwell. Sorry, Max. I got nothing. What about your plan? I'm gonna put it together. Can you stay here and not get caught? I might get on the other side of that door before you, Lupin. The race is on. See you soon. Tja, sie sagt es gleich. Und ich glaube, wir machen das gleiche. Wir machen eine Pause. Ja, wir machen eine spannende Pause, denn... ... ... ... ... ... ... ... ... Egal. Wir machen jetzt eine Pause und ihr seht uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüssi. Tschüssi.